Beim Silvaner kriege ich ein ganz warmes Herz. Mit Silvaner bin ich groß geworden. Ich komme von einem rhein-hessischen Bauernhof, der auch Wein hatte. Und Trockner Silvaner war der Schoppenwein meines Großvaters. Und damit bin ich als Kleinkind schon konfrontiert worden. Also der Silvaner, eine Sorte, die in Deutschland mal weit verbreitet war und dann vom Müller-Turgau abgelöst worden ist, heute vom Riesling dann. Das Bessere ist immer der Feind des Guten, sagt man. Der Silvaner hat einen Siegeszug angetreten vor ungefähr 100 Jahren, weil es die erste Sorte war, die zuverlässig gute Erträge brachte. Davor waren die Trauben, die Rebsorten sozusagen in den Weinbergen mehr oder minder wild. Da gab es mal welche, die haben dieses Jahr getragen, nächstes Jahr nicht und umgekehrt. Und beim Silvaner hat sich ein Züchter dran gemacht und hat gesagt, ich suche mir die aus, die immer ordentliche Erträge bringen. Das nennt man Klonenselektion. Und da hat sich diese Klone rausgesucht, diese Guten, die immer gleichmäßig getragen haben und hat sie vermehrt und hat Weinberge nur mit denen bepflanzt. Und das ist ganz modern gewesen damals. Und der Silvaner war die erste Sorte, bei der das passiert ist. Das hat die Winzer so begeistert. Die haben gesagt, Mensch, jedes Jahr toll zuverlässig Ertrag und haben Silvaner überall hingepflanzt. Und dann, wie gesagt, kam der Müller-Turgau mit noch mehr Zucker und noch mehr Ertrag. Und der Silvaner wurde wieder ausgerissen. Nichts ist ewig. Der Silvaner ist eine Rebsorte, die in Rheinhessen angebaut wird und in Franken vor allen Dingen. Und der hat zwei Gesichter. Das kann man hier erkennen bei den Aromen. Er hat diese Heuaromen und frisches Gras manchmal auch. Und er hat die Birne, ja auch Quitte gerne mal, also Fruchtaromen. Es gibt in der Tat praktisch zwei Typen. Es hängt davon ab, wie man mit Silvaner umgeht. Entweder man macht diesen schlanken Typ, der so Bergheuaromen hat, würzig eher schmeckt. Oder man macht einen ganz opulenten Typ, der Quitte und Birne hat ein bisschen Banane. Manchmal eher der Menüwein. Viel mehr Alkohol. Das sind dann sehr, sehr reife Trauben. Beim anderen Fall, bei der schlanken, würzigen Richtung, sind die Zuckergehalte in den Trauben nicht so hoch. Das sind dann ganz erfrischende Sommerbeine. Also zwei Sorten Silvaner. Der eine für die Terrasse, der andere für den großen Menütisch. In Rheinhessen und Franken hat man die Sorte jetzt wieder entdeckt und kümmert sich richtig toll drum. Der Silvaner ist keine Sorte, die den Menschen so leicht ins Herz springt. In meinem war er schon immer verankert.